Nee, nicht effektiv genug gegen ihn. 94 oder dis. Ich weiß es nicht, was mehr macht. Aber 44. Stand er gerade ineffektiv? Nein, ich hoffe nicht. So, dem Bad geht es soweit relativ gut. Ich versuche nochmal gegen zu heilen. Jetzt geht er gegen meinen Priester vor. Das finde ich nicht toll. Nee, du kannst ihn gar nicht damit treffen. 66 Feuer, vielleicht kriegen wir ihn auch effektiv 2 Punkte. Sag mal, willst du mich rollen? Nein! Adam! Ruf Eva und dann heilen wir uns hier oder so. Hilfe! Oh, der Adam! Oh, nimm das! Mann! Boah, war das knapp. Holla, die Weidelpfe! Und da kriegen wir einen Phönixbogen und wieder eine Rüstung. Und, und, äh, ja toll, was gegen Greife. Und wieder was gegen Bluten und Verwirren und, äh, zwei Heiltränkchen. Leute, 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 man, 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 das ist ja, ja, nee, also 37 Punkte nur noch, boah! Heidewitzker, Heidewitzker, so. Ja komm, du gehst jetzt hier, wo müssen wir jetzt denn als nächstes hin? Raum 7? Ah, das, das war mir jetzt so knappe, dass ich jetzt mal alle auffülle. So. Mama mia, mama mia. Also irgendwie machen wir hier was falsch. Am überlegen bin ich ein wenig, äh, verzweifelt. Uiuiui, 65, Phoenix, Phoenix bringt auch mal hier, auch nix. Und, äh, ja, Greife bringt hier genauso wenig. Nur das Wurm würde uns hier helfen. Machen wir einen Direktschaden? Ohne Feuer? Wie viel Prozent hast du denn? 66 Prozent, dass es flammend auflodernd ist. Äh. Eigentlich müsste ja Meeresgetier dagegen, äh, resistent sein, ne? Eigentlich, eigentlich, wow, ja, 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 98, so war Phoenix. Also, ich würde ich ungern wegwerfen. Immunität gegen Feuer, okay. Aber live und Intelligenz ein bisschen hoch, nur, das ist nicht so gut. Dolzgebringer. So, schon, aber ich hoffe, wir werden es hier irgendwie überleben. Mann, Mann, Mann. Strange, 29, 32, aber es ging für nix gut, Mann. So ne Truhe zu Hause, wo man so Kram noch wegtun könnte, das wäre auch mal was Schönes. Muss man nicht so viel wegschwerfen und schmeißen. So, ihm hier, ne, zwar ich am überlegen, gebe ich ihm hier, äh, Dingens. Hm, 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 hm. Oder dem Bad Kiu, vielleicht, äh, ja, dieses schöne Teil. Damit er noch mehr gegen, äh, Dings gerütztet ist. 27 Naja, ist auch nicht so der Wahnsinnzitt, ne? Hm, naja, naja, naja Ich versuch's einfach Ich geb ihm Schutzschild, damit er mehr geschützt ist und uns nicht so schnell stirbt Man muss sich ja irgendwas einfallen lassen Das ist ja das Problem 44 73 Einzelbuch Oh, man, 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 man Das ist alles so ein bisschen Naja, naja Oh, ne 7er Rüssi Ja, die ist toll Aber Momentan bringt's uns, glaub ich, nicht so viel Nee, eigentlich nicht Eigentlich nicht Hm, gegen Greifung Jut, jut Ah, ich muss schon wieder drei Sachen wegwerfen, das ist so, ne Ah, mal na gut, wir müssen ja irgendwas tun Ähm Aber was Ist die Frage Hmm 1 bis 3 Na gut, schmeißen wir das Büchlein hier mal weg Das hier macht Ziel 1 nur, aber es hat auch schöne Effekte Mit Defense, Dammen und Bluten weiß nicht ähm also verwirrt sind wir bisher noch nicht gewesen bisher, mein W ist es aber auch nicht aber wir haben ja auch hier gegen Blitze haben wir ja was Immunität angeht, was haben wir ja, schön dann müssen wir mal schauen dass wir ja, noch irgendwie was anderes einsetzen ist ja eigentlich auch toll, aber ein Sechser-Dings, na ist ein schönes Schutzschild eigentlich vielleicht schmeiß ich die Münze hier mal weg, über Bord und dann, äh, vielleicht noch die Rüssi weil die anderen Sachen haben ja auch magische Dinge drauf boah, dann hoffen wir doch dass die nächste Räumlichkeit hier ein bisschen angenehmer wird und, äh, ja Heidi Witzker, Heidi Witzker ah ja, jetzt haben wir einen grünen äh, Jelly-Würfel okay ich esse ja gerne Jelly aber, äh naja, ich weiß nicht womit der uns hier wahrscheinlich Vergiftung oh ja Vergiftung das könnte sein dass er uns vergiften wird so aber, äh und was tut er? er macht Defense Down schon mal okay ähm Ine Minimiste du bist böse aber ich glaube der kommt nicht so weit, ne ha wir haben ihn kurz betäubt das ist nämlich äh ein schöner Vorteil dann geben wir den Würfel nochmal eins oben drauf tja leider ineffektiv aber trotzdem zieht es uns ganz schön muss ich mal sagen ne ha 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 tralalalala so dann schießen wir ihm hier mein Pfeilchen hingegen und dann, äh schade aber ist auch nicht gerade unser Segen wow ich glaube der Tee hat zu lang gezogen ja schwarzen Tee sollte man nicht zu lange ziehen lassen hui 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 jetzt haben wir schon den grünen Würfel mit der Harfe dreimal 50 Punkte abgezogen und auch noch hier mit dem Dings also irgendwann müsste der auch mal kaputt gehen oder? hab ich so den Eindruck ich weiß gar nicht wer denn was hier kommt ich will es eigentlich gar nicht wissen aber wir sind kurz davor und eigentlich müsste man jetzt langsam wissen womit sie hier agieren also mit Regen und Säure ja das wissen wir schon so dann hauen wir dich mit der Axt die Axt scheint auch ziemlich gut zu sein ihr sollt büßen sagt er ok ja gut mit den Tränken wir können ja mal hochpimpen mal gucken was dieses schöne mieser Seegel so treibt ja piekst unseren Priester ja piekst den Priester klingt auch lustig effektiv 27 Punkte und das war es schon also das kam mir jetzt ein bisschen einfacher vor und wir kriegen ein Buch mit Feuer und Rüstung gegen Greife und Wasser und gegen Vergiftung ok nichts was uns jetzt wirklich weiterhelfen würde aber was uns weiterhilft sind wieder schöne Levelpunkte für die Attribute hoch die tun uns doch zugute so dann geben wir noch ihm ein wenig live oben drauf und noch ein wenig strange und ja ihm hier würde ich es auch vielleicht ein bisschen mehr Fade drauf geben damit macht das Buch schon 45 ist auch nicht gerade der Mega Monster Hit aber ich 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 muss es hochpimpen 46 46 Punkte gegen Heilung das sollte schon mal gut sein ähm ja 66 85 also der der Endboss wird sowieso äh gegen Feuer und allen Pipapo immun sein das kennen wir ja schon das Spielchen so hey ich bin der Endboss ich ha ha du kannst mich nicht in Flammen setzen oder vergiften oder irgendeinen Quatsch ha so und dann wollen wir wieder so so das Ding hier denke ich mal werden wir wahrscheinlich nicht brauchen äh 75 Dings es kann effektiv sein ja aber ich würde gerne auch eins haben was nicht so unbedingt 85 67 ist natürlich wesentlich weniger ja der Bogen wird jetzt nicht so effektiv sein denke ich mal 66 67 das war vielleicht sogar hingehen und ihn entbogenen weil ich weiß auch nicht aus wieviel Teilen der Endboss sein wird etc aber ich hoffe dass wir dadurch äh ja die Defense ein bisschen down kriegen er hat seine Harfe und sein Heilbüchlein ich hoffe wir kommen da irgendwie durch und sonstiges und müssen hier wieder schöne Sachen wegschmeißen oh 75 gegen Flüger das ist so näh näh das sind so schöne Waffen und alles und ich finde es schade dass wir das hier na gut damit würden wir natürlich mit dem Einzelding 79 wäre toll wenn das Party wäre aber es ist es leider nicht mhm schade weil dann hätten wir auch nochmal hier äh wütend werden und so weiter und dann kann man hier so richtig schön Schaden reinwürgen aber ich weiß es nicht vor allem ihn hier haben wir dagegen resistent haben wir eben noch irgendwas anderes was ihn resistenter machen würde gut das Schutzschild äh ja schon aber dass er nicht so schnell Schaden erleidet oder ihr Bintauscht hier mal das wäre ja auch eine Idee dass du den Umhang gegen dieses tauscht dann bekommst du den Umhang und äh er hier bekommt mal ne nicht das Buch sondern ne auch nicht den Umhang sondern diese schöne Rüstung weil sie macht ja 75 ablenkt aber ich würde sagen erstmal äh wieder danke fürs Zuschauen und ähm dann sehen wir uns wieder beim Endboss und äh bimmern und bangen und flehen dass wir ihn irgendwie schaffen werden und dann muss ich noch so zwei drei Sachen aussortieren aber ich denke mal es wird auch irgendwie noch hingehen vielleicht überlege ich es mir gerade kurz offline off stream wie man so schön sagt und dann schauen wir mal was wir hier genau machen huiuiui na denn bis zum nächsten Mal see you